Ja und dann willkommen zurück zu DOOM Wir sind immer noch hier im Live Let's Play Und Wir gehen nochmal da oben drauf Wo wir gestorben sind Oh wenig Munizier Wenig Leben, Gesundheit, oh Gott Kommen die auch raus? Natürlich nicht, die bleiben da oben, super Ich werde wieder sterben Da bin ich direkt reingerannt, weil ich den Glory Kill kassieren wollte Alter, was ist denn da los? Oh, jetzt kommt auch noch der mit seiner Wo kommt er denn her? So, jetzt aber, bam, in die Fresse So, jetzt räumen wir mal hier ordentlich auf Alter, Ruhe So, jetzt geht es einigermaßen Haben wir ein bisschen Ruhe hier Bis auf Air läuft noch Jetzt nicht mehr Uh, Speicherpunkt erreicht, sehr schön Da ist Benzin, ach, die Kettensäge können wir gleich mal wieder nutzen Wenn wir schon einmal dabei sind Was ist das denn hier? Voll das Biotop hier Munition, ja Rüstung, sehr schön Soll ich jetzt irgendwas hier machen? Oder Da hängt ein Kabel von der Decke Gibt es hier irgendwas besonderes? Hm Hier geht es nach unten Schauen wir mal Ah, guck mal hier Leben Erstmal draufhauen Yeah, Verdreifer Glückwunsch Daria Gibt es hier auch ein Boni bei 100? Ähm, wie meinst du das? Ein Boni bei 100? Krass hier mit den Biotomen hier Was hier wohl geforscht haben? Boah, es ist dunkel hier die Ecke Wo bin ich denn hier? Wo ist denn der drehende Himmel? Weg mit dir! Weg mit dir! Mal müssen wir mal gucken Erstmal mal die, die, die Waffe Kann ich hier die Waffe eigentlich jetzt upgraden? Die, die Schrotflinte? Mh, erhöht den Warte mal Den Explosivschaden Mh Warte mal denn noch hier Aktiviere sofort die Mikro-Raketen Wenn sie bereit sind zum Feuern Das ist geil Aber zwar haben wir nicht genug Punkte Also mit dem Raketenwerfer können wir noch nichts machen Mh, getötete Gegner Ach, okay Okay, pass auf Machen wir hier mal das mit den Ach, das geht auch nicht Machen wir auch 5 für Sonst haben wir nichts, ne? Hier haben wir einen Punkt Hier können wir aber nichts mehr vergeben Okay Gut, dann gucken wir mal Aha Gehe ich überhaupt richtig? Alter, da war doch unten auch noch so ein Weg, ne? Ich gehe nochmal zurück eben schauen Alter, auf der In einem Außenbereich war doch Gab es doch, glaube ich, auch noch einen Weg Hä, wo geht es denn hier lang? Achso, genau, hier war das Hier ging es doch hier unten noch lang Oh, das ist derselbe Weg Ach, das ist derselbe Weg Ja, da könnte man wahrscheinlich da rüberspringen Müssen wir gleich mal schauen Erstmal da rüber Hallo mein Freund, ciao So Okay, da unten geht es auch noch weiter Müssen wir, glaube ich, auch Oder? Ging es hier noch lang? Hier geht es auch noch lang Gucken wir mal Aber brauchen wir gar nicht rüberspringen Kommen wir auch hier hin Und hier haben wir eine Kiste Die wir mal aufmachen Und Munition, sehr schön Runenvermesserung Läuft, würde ich sagen Läuft, 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 läuft So Also, dann wollen wir mal Was haben wir hier? Ja, zwischendurch laden die Texturen doch noch ein bisschen nach Also, so wie man es jetzt gerade noch gesehen hat Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt Was war das denn? Ob ihr es bemerkt habt? Ich glaube, wir müssen hier Oh, was ist das denn? Oh Alter, jawoll Die Doppelläufige Jetzt geht's ab Jetzt geht's definitiv ab Gut, dass ich hier gucken war So Jawohl, jetzt Jetzt geht's definitiv ab So, warte mal Jetzt nehmen wir auch direkt den Raketenwerfer und die Flinte Was ich ja im Multiplayer auch immer gerne spiele Jetzt räumen wir auf Definitiv Jetzt wird sowas von aufgeräumt Da macht er euch kein Macht er euch kein Bild von Dämonischer Bäm Moif, würde ich sagen Weg mit dir Uah, Alter Uah, der mit seinem Schild Der geht mir ein bisschen auf Eier Warte mal Jetzt nicht mehr Yeah 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 Survival Sag ich dazu nur Nein, ich will meine Flinte wieder haben Hallo, wo ist die Flinte? Da So Die Doppelläufige Und jetzt geht's ab Wee Jawohl Na, wo sind sie? Da Sollte ihn vielleicht auch treffen, ne? Dann geht's vielleicht auch So Wer will nochmal Wer hat noch nicht? Ach, guck mal da Bam Weg mit dir So, hier sind noch welche Da ist doch noch jemand So Hier laufen auf jeden Fall noch ein paar rum Gehen wir nochmal nach oben Schauen wir mal, was hier oben ist Ob hier noch ein bisschen Schild oder sowas kommen Ah, Benzin Super Ring Ding 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 Texas Chainsaw Massacre Spielen wir jetzt gleich Wieder eine Runde Wenn ich jetzt Sind wir mit dem Thema schon durch? Das geht aber schnell Wundert mich ein bisschen Schau mal eben hier Was wir hier haben Na, das möchte ich glaube ich Na, ich glaube hier möchte ich noch nicht lang Ich glaube ich möchte doch erst mich nochmal ein bisschen umsehen Ding 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 Ah, können wir die Tür auch aufmachen Was erwartet uns dahinter? Ah ja Geheimnis gefunden Oh Die Map haben wir erweitert Sehr schön Bisschen Munition Cool Es lohnt sich also definitiv sich nochmal umzuschauen zwischendurch So, waren wir hier schon? Hier waren wir auch noch nicht, ne? Ah, guck mal Na Na Hör auf damit So, Leben ist auch wieder voll Bisschen Schild nehmen wir mit Munition haben wir Ach, guck mal Hör auf Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos Egal Egal Ist mir doch egal So Ich mach alles Ich zerstör alles hier So Äh Wer bist du denn? Ach du Scheiße Äh Ich hab keine Muni mehr Fällt mir gerade auf Äh Wie, keine Munition mehr Wechsel doch Äh Ähm Wo ist der Raketenwerfer da? Oh Gott, wer war das denn? Hab ich den jetzt erledigt oder nicht? Hatte ich den jetzt erledigt gehabt, das Vieh? Mit der Kettensäge? Sah für mich irgendwie nicht danach aus Ich hab keine Ahnung wer Wer das war Was du da zerstörst Ist wertvoller als du dir vorstellen kannst Ja, ja Eine perfekte Unbegrenzt vorhandene Energiequelle Ja, ja Jetzt, jetzt, jetzt Jetzt, jetzt Tun wir nicht hier so auf Auf Schönwetter, ne Gerade noch erzählen Ja, musst du zerstören Und jetzt auf einmal wieder so Also nicht mit mir Ah, da geht's auch lang Gucken wir mal Wo es da hingeht Ah, ne Kiste Haben wir da ein bisschen Muni So Raketen haben wir auch wieder bekommen Ah, hier waren wir doch schon Dahinten müssen wir auf jeden Fall lang Schauen wir auch nochmal da oben drüben Ob ich da nochmal oben raufkomme Da oben drüben Was ist das wieder für ein Deutsch? Ich weiß es nicht So, warte Ach, hier sind wir jetzt wieder Ach, guck an Da drüben Ich glaub wir müssen da nach oben Kann das sein? Wie kommen wir denn da rauf? Waren wir hier schon? Ich glaube Ich werde mal Die doppelläufige wieder nehmen Ah, genau Hier waren wir ja schon gewesen Aber nur kurz gucken Mhm Müssen wir's einsammeln hier Wo geht's denn hier hin? Ach, hier waren wir ja auch schon gewesen Ach, krass Stimmt, hier war dieser Bonus Hä? Schließen die Kisten sich nach einer Zeit wieder? Hä, was ist das denn? Optimierende Nutzlastzustellung Munitionskist Okay Wir haben kein Schild mehr Fällt mir gerade auf Äh Wo ging's denn nochmal lang? Ach da So Ja Ja Na, auf Da ist Munition Die haben wir aber schon Fehler 83 Süß Anbind kontaktieren Ja Achtung Energiekontamination hat kritische Grenze erreicht War das eine gute Idee? Noch, ja mein Gott Wir haben diese Technik Jahrzehnte perfektioniert und verkauft Die Höllenenergie ist dank unserer Wissenschaft nutzbar und sicher Und wir haben eine Energiekrise gelöst Für die es keine Antworten gab Es funktioniert Du darfst das nicht tun Du darfst das nicht tun Keine bösen Wörter Das klingt so ein bisschen wie die Supernanny Keine bösen Wörter Du darfst das nicht tun Komme ich jetzt hier auch lang? Ja, äh Oh Gott War das gerade schon da? Nein, ich glaube nicht Ja Ja, erstmal hier Yeah Survival Jetzt geht's zur Sache hier Jawoll Kommen wir mal ein bisschen auf hier Lass das Yeah Ah, da ist der A Guck mal, da ist der Kollege wieder Ah, jetzt haben wir ihn erledigt Jetzt hab ich's auch gesehen Was ist denn Uah, was ist denn hier oben? Berserker? Yeah Yeah Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Hm Das sie mich beobachten ist schön Der wird immer größer, der Typ, hab ich das Gefühl Ah, hier ist schon ein Ende Schade Ich hab mal den Berserker-Modus früher getroffen Ja, ja So Was ist denn? Wie gruselig Wackeln auf einmal diese Sackkarre Okay, hier waren wir schon Hm Ah, da war Leben drin, ne? Ich hole mir nochmal ein bisschen Leben Ne, haben wir schon aufgesammelt Fuck Hm Was schade, was Hä, hä, hä So Geht's da rauf irgendwie? Ich schau mal eben Ne, da geht's nicht rauf Okay Nur mal gucken, vielleicht Mir haben wir verpasst Ich glaube, das war's auch hier mit dem Level Nein, hab ich nicht Tschau Ne, doch noch nicht Ich geh doch noch weiter Das ist, glaube ich, das letzte, ne? Oh Mann, das sieht Das wird so böse Das wird so Das wird so böse enden Ich seh's jetzt schon Wenn du unsere Energieproduktion stoppen willst Musst du nur den letzten Filter zerstören Dann gibt es keine Arzt und Energie mehr in unserem Sonnensystem Und wir fangen wieder bei Null an Okay Schön Du hast keine Ahnung, was du da gerade getan hast Doch, hab ich Olivia lebt noch Ich habe ihre Lebenszeichen im Argent Tower entdeckt Sie hat einen der Akkumulatoren aus dem Tower mitgenommen Wir können seine Energiesignatur verfolgen Mhm Tja, das war's dann Es gibt sonst nichts mehr zu tun Aha Das heißt, das Spielende Hey, ich hab gewonnen Juhu Juppie Juppie, gewonnen Ah, ich glaube, jetzt war's das Yeah Cool Ein paar Geheimnisse haben wir natürlich nicht gefunden Nicht entdeckt Naja, gut Ähm, so Immer noch der Tower Du hast die Produktion von Agent Energy gestoppt Gegen den Wunsch von Seminels Hüden Oder Hayden Und damit den Zeitpunkt verzögert Bis sich das Hüllenportal öffnet Olivia Pierce ist aber immer noch Er ist aber noch immer entschlossen Die Armee der Hölle in diesen Dimensionen zu bringen Und hat einen Akkumulator zur Spitze des Agent Tower gebracht Und dort mit einem transdimensionalen Riss ein Portal in die Hölle zu öffnen Das darf nicht passieren Du musst Olivia Pierce töten Jetzt schon töten Ist das Ich bin doch noch nicht durch, oder? Das wäre jetzt ein bisschen echt Agent Tower Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt auf einmal spiele Jetzt schon zu Ende wäre Warum sind wir denn jetzt schon am Tower? Im Wartungshanger sind Sprungstiefel Damit lässt sich die Pipeline überwinden Aha Sprungstiefel Na, jetzt kriegen wir auch unser Jetpack Quasi Aber jetzt schon am Tower? Da bin ich immer gespannt, wie es weitergeht Da lasse ich mich echt mal überraschen Sprungstiefel sind immer gut Die hätte ich gern auch in Real Life Und da ist eine Was ist das denn? Was war das? Äh Ähm Das ist der Revenant Was macht der Revenant denn hier? Willst du mich verarschen? Höh Höh, wo ist er hin? Was macht der Revenant denn hier? Alter, hör auf damit Wo ist er hin? Geh weg, Revenant Nein, Mist Ich will ihn Nein, ich will ihn finischen Egal Machen wir ihn so, Ende Der war aber relativ leicht Hingegen Oh, oh Ob das so eine gute Idee war Hier runter zu springen Ich weiß es nicht Oh, da ist ja immer noch ein Revenant Alter, wie viele kommen denn jetzt hier? Uah Höh Yeah Boah, wie viele sind denn hier? Hilfe Gott sei Dank Uh Bisschen stressig Äh Was wollte ich denn gesagt haben? Ich wollte Wie komme ich denn da oben hoch? Ich wollte nochmal nach oben Der Argent Tower Oder Argent Induktor Wurde 2127 fertiggestellt Und basiert auf einem Kokotyp von Samuel Haydens Forschungsteam Er ist der Finde Erfolg der USA 2127 die 1128 die 2122 die 3122 die 2123 die